Was ist Pete's Meat? Jetzt möge ich den BAN! Oh, 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 oh! NEIN! 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 DIE HURKIND! BAN, LUMBER! Fick dich! Mass-Effect... Mass-Effect-Reim! Oh... Äh... Äh... Es kann nur einen geben, ich bin der Islander! Okay... Ganz ehrlich! Aber ganz ehrlich! Das muss man ganz ehrlich sagen! Ganz ehrlich! Was heißt nochmal Sports-Wacken auf Deutsch? Werder stirbt jetzt! LOL! Komm, ich bleibe jetzt stehen, Hardy! Jetzt habe ich ein paar Bettchen! Dann ist er nun wirklich easy-peasy hier! Miau! Sepp möchte nämlich gerade eine Endertruhe bauen, und zwar mit Obsidian, dass er auf dem Boden platzieren möchte! Ich habe mal eine Dose Red Bull aus dem Kühlschrank geholt, dabei ist noch eine offene Packung Quark auf dem Boden geklatscht! Was ist denn der Wagen? Ja... Was ist denn das Auto, verdammt? Ich finde die Karre nicht! Jetzt zieh ich den Block an! E3 2013! Gamescom 2012! Dritter Tag hier auf der Northcon! Wir sind heute für euch in Paris! Geilheitsbrammeln! Deine Mutter hat einen richtig dicken Lümmel! Wunderschöne Grüßtjörnsch! Und checken die Luftdruck des Balls! Sepp hat gesagt, der weiß wieder! Miauhadi! Du hast eins gesagt, nachdem ich als Duoshock oben... Also als Duoshock... Duoshock! Penisnasen-Jay! Rennen so weit ist weg vom Turm, so weit geht es weg... Seppjösepp! Warum denke ich, jeder zweite Spieler ist von mir? Pornopeat! Pornopeat! Das ist Peatsmeat! Hammer!